Panzerfußball, das ist Fußball mit dicken, fetten Panzern und wenn ich von dicken, fetten Panzern rede, meine ich Danny aus dem zweiten Weltkrieg. Guten Tag, guten Tag. Und wir reisen weit, weit zurück in die Zeit. Dort gibt es einen Mann, der hat den ersten Weltkrieg schon erlebt, als Senior Quantum. Hallo? Der alte Mammutreiter, ne? Schon damals in der Steinzeit hat er Fußball gespielt. Also wir haben Clan im Gegnerteam, was nicht gerade sehr gut ist. Ne, wir werden verlieren. Ach, guck mal. Oh was, hier ist doch schön ausgetrickst. Wir werden was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Torwart hat verfehlt. Ich fahr, Digga, ich fahr. Schieb ihn rein. Ich tue's. Danny, tue's. Ich tue's. Er tue's wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Biest. Ich freu mich so unter mir. Kannst aber nicht wahnsinnig werden. Nein, entspannt euch. Entspannt euch. Entspannt euch. Oh, es geht schon. Mein Kettenlaufwerk ist genau. Oh Gott, ihr schiebt ihn rein. Er ist schneller als ich. Er ist schneller als ich. Er ist schneller als ich. Du bist unser Tormann. Ich versuch's. Tja, nein. Kisjo. Ich konnte nichts machen. Oh mein Gott. Eins, eins. Wirst du bezahlt? Eins. Kisjo. Ich dachte, du wärst unser Torwart. Unser Segen. Unser Helfer. Was ist denn hier los? Was ist jetzt? Alter. Alter. Ich bin da ertäuscht. Ich bin sehr ertäuscht. Ich bin sehr ertäuscht. Es war ein guter Anfang. Es war ein sehr guter Anfang. Ich hab geblockt. Jetzt alle gesehen, aber springen kann ich nicht. Das ist nicht möglich. Aber es soll eine Möglichkeit zu geben, um zu boosten. Das wär natürlich ein Zaum. Wenn's das geben würde, ja. Der Tank ist defensiv. Der Tank ist Tanky. Oh shit. Gut abgewehrt. Ich bin sehr stolz auf dich. Du bist wahrlich unser Manuel Neuer. Jetzt fahr ich. Ich fahr. Ich sitze mal in der ultimative Taktik an, mit der ich immer Glück hatte. Wann von? Welche Taktik ist das? Ich bin nur Dinosaurier gewohnt und keine Tanks. Oh. Dinosaurier sind natürlich noch ein anderes Thema. Ich bin bewegungsunfähig. Die haben mich lahm gesetzt. Also ich bleib jetzt hinten. Aha. Er macht den Fehler. Er macht den Fehler. Er schiebt zum Tormann. Jetzt. 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 Kommt. Oh nein. Kommt. Er hat ihn geblockt. Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. Nein. Das ist nicht deren Ernst. Ich hatte fast die Möglichkeit. Leute. Der Ball ist immer noch heiß. Der ist immer noch heiß. Oh. What. Ich hab voll verfehlt. Extrem verfehlt. Oh nein. Shit. Den wollte blocken. Ich hab ihn auch nicht getroffen. Ist echt schwierig zu treffen. Ist schwierig, ja. Man braucht dafür echt Geduld. So. Man will immer Führ abschießen. Oh. 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 Ich liebe dich. Ich meine. Ich. Nein. Was. Jetzt. Jetzt. Ich hab euch eben gerade. Ich bin lahm gelegt worden. Aus eures Lebens gegeben. Ich sehe es. Du bist ein wahrer Gott. Kann das sein? Anscheinend. Muss man erst immer zwei Tore von dir fallen lassen, oder was? Oh, verfehlt's. Verfehlt's. Selbst der Beste hätte die Kanonen nicht mehr halten können. Ich fahr jetzt. Ich fahr. Platz. Platz da. Ich muss hier durch. Ha, easy. Quantum, schieb. Du musst mitschieben. Ich bin das hier. Ja, warte, vorbeischießen. Schieß. Ich versuch's. Ich hab den Leben. Nein. Das gibt es nicht. Das ist schon so gut wie drin. Ich hab den falschen Panzer. Ja, jeder hat dieselben. Ich glaube nicht. Doch. Hier ist eine Schraube locker in dem Fahrzeug. In diesem Spiel. Ich hab nur den billigen Freak. Er hat mich lahmgelegt. Warte, ich schieße noch vor. Das ist der einzige, was ich noch tun kann. Ich bin aufgeladen. Ich muss treffen. Oh nein. Ich muss jetzt aufladen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das hätte ich besser machen können. Oh, er hat direkt noch geblockt nach meinem Schuss. Was für ein fucking Biest. Aufladen, aufladen, aufladen. Hab ich. Hab ich. Ja, ja, machst du. Oh, Kisjo? Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Okay, du machst hinten einen sehr guten Job. Ich hab ihn gebremst. Ich hab ihn gebremst. Ich hoffe, das Zuschauer macht Spaß. Ich hab ihn gebremst. Das ist deiner. Das ist deiner. Um sie zu stoppen. Um sie zu knechten. Okay. Ich brauch Hilfe. Hier sind zwei. Er muss es wieder alleine machen. Er muss es wieder alleine machen. Er muss es wieder alleine machen. Der Torwart. Der Torwart. Schaut euch diese Show an. Ich seh's. Oh, lahmgelegt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin verdammt stolz auf dich, dass du so weit gebracht hast. Der macht den Fehler. Er ist nervös. Ich seh's. Okay. Wisst ihr was? Ich bring den Scheich jetzt nach vorne. Bring ihn hoch. Bring ihn hoch. Bring ihn hoch. Es geht nicht. Ah. Nicht mal gekratzt hab ich ihn. Nicht mal gekratzt. Er macht einen Fehler. Er wird einen Fehler machen. Er macht keinen Fehler. Nein. Komm schon. Wir brauchen den Ausgleich. Wir brauchen den Ausgleich definitiv. Ich hab den Ball. Ich fahr jetzt nach vorne. Okay. Ich fahr nach vorne. Nein. Ich hab ihn verfehlt. Ich hab geschossen. Ich hab geschossen. Lauter Explosions. Ich seh den Ball noch nicht. Ich hab geschossen. Alter. Das ist so unglaublich unmöglich. Du musst aggressiver. Du musst da mehr. Mit mehr Hass. Wo ist dein Hassquantum? Mein Hass ist überall. Denk an deine Stromrechnung. Und an dein minderwertiges Einkommen. Oh der ist. Ich wurde lahm gelegt. Jetzt schieß ich auf den anderen Panzer. Der eine ist down. Der eine ist down. Ich brech ihm die Beine. Das hat mir gebrochen. Aber hat nichts gebracht glaube ich. Ich wurde lahm gelegt. Geil. Komm schon. Komm schon. Er hat mich. Lahm gelegt. Easy. Es gehen irgendwie alle rein. Es gehen irgendwie alle rein. Eine Minute. Sieb. 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 Quantum. Zeig deine. Deine dritten Szene. Ich weiß nicht warum. Aber die spielen so unfair. Ich spiel nicht unfair. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich block. Ich hab geblockt. Übernimm du Quantum. Das war ein Pass. Ich muss auch blocken. Hier sieh. Das war der Pass. Das war der Blockpass. Oh der könnte rein gehen. Der dreht sich. Hast du gesehen? Ja. Ja. Mein Gott Quantum. Ich liebe dich. Yes. Yes. In die Mitte. In die Mitte. Ich hab's vergessen. Der Ball spawnt wieder. Okay. Kisjo. Nein. Kisjo. Zeig dein Manuel Neuer. Nein. Kis. Zeig die Eier. Nein. Ich hab's vergessen. Nein. Oh. Oh. Eigenes Tor. Ich hab ihn doch versucht zu retten. Und dein eigenes Tor. Er war aber so oder so reingegangen. Oder? Das gibt es nicht. Das gibt's nicht alter. Das gibt es nicht. Ah. Quantum. Warum? Was? Warum ich? Naja. Ich wusste dass du nicht Manuel Neuer bist. Drücken. Wir müssen. Okay. Ich kann es nicht so stehen lassen. Das geht nicht. Das kann man so nicht stehen lassen. Wie soll ich das meiner Frau erklären? Und meinen zwei Kindern? Ich weiß auch nicht wie ich das meinen fünf Kindern erzählen soll. Ich weiß wie ich das euren Frauen erzählen soll. Von unterschiedlichen Frauen. Für die du alle keinen Unterhalt zahlst. Hey. Was ich dir erzählt habe. Daddy hat wieder kein Geld nach Hause gebracht. YouTube läuft nicht Kinder. Und Quantum. Wie erzählst du es denen? Oh. Die sind alle tot. Der erste einzige noch lebt. Keiner hätte damit gerechnet. Wenn deine Frau zu mir kommt. Wie soll ich ihr das erzählen? Ha. Keiner hat damit gerechnet, dass man so alt werden kann. Okay. Ich versuche jetzt direkt nach vorne zu sausen. Und Loch ein. Okay. Okay. Gute Idee. Sehr gute Idee. Bist du so gut im Einlochen? Ich glaube nicht. Ich habe mehr Erfahrung. Ich glaube ich gehe kurz. Ich gehe nach hinten. Ich will verteidigen. Ich glaube an dich. Ich bin der erste der den Ball berührt hat auf jeden Fall. Das gibt aber keine extra Punkte. Es gibt extra Punkte glaube ich. Ey. Selbst wenn ich neben dem Ball schieße. Er fliegt ihn nach links. Oh, er wird schießen. Man muss den Ball schon präzise treffen. Kann das sein? Das kann es ja wohl sein. Die haben ihn nur mal abgedrängt. Die sind dumm. Die sind dumm. Die gehen alle gleich nach vorne. Eigentlich ist das dumm. Oh. Eigentlich ist das richtig dumm. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin in den Arm geleckt. Ist ja kein Ding. Alles gut. Ich warte hier. Ich warte hier. Ich habe den Ball nicht getroffen. Episch. Oh verdammt. Warum ausgerechnet ein Panzer? Ja. Warum keine Mammuts oder Tiger? Oder Elefanten? Also einen Tiger würde ich nehmen. Äh. Ja. Definitiv. Selbst das Mammut wäre agiler. Jetzt werden wir mal nicht unrealistisch. Ok. Jetzt fahr. Ich habe geschossen. Fahr. Guck mal was für ein Vortrag. Kann mich nicht bewegen. Daddy hat ihn. Gleich Daddy. Äh. Hast du gerade gesagt Daddy? Achso. Ich wusstest du es nicht. Äh. Dad. Bist du es? Dad. Das kann mir nachher überreichen. Äh. Ich finde. Der Moment ist jetzt. Ich finde. Wir sollten jetzt. Sohn? Wir sollten jetzt. Diese Steuerung. Komm schon. Es ist gut für uns. Es ist wirklich gut für uns. Ich habe ihn allen lahm gelegt. Quantum. Jetzt hol ihn irgendwie aus der Ecke raus. Ich muss erst warten bis ich. Oh warte. Ich habe ihn übertrippelt. Ich bin gar gut gemacht. Ich bin deutsch. Sohn. Also Kies. Das sind beide meine Söhne. Enttäuscht Daddy nicht. Er ist über mich drüber. Oh mein Gott. Okay. Das ist keine Gefahr bis jetzt. Bis jetzt stellt der Ball keine Gefahr da. Lahm gelegt. Ich bin lahm gelegt. Ich bin lahm gelegt. Die Adoption wird kommen. Ich habe ihn lahm gelegt. Oh. Ich bin lahm gelegt. So. Ich habe den Ball weggeschossen. Den dämlichen dummen Ball. Los geht's. Oh. 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 Ich stehe im Tor. Es kann nichts passieren solange ich im Tor bin. Ihr kennt meine Skills. Wollen. Der Adz. Ah ne. Du hast meine Mario verlassen als ich 9. Ja ok. Ok. Jetzt komm ich. Ich schieb. Ich schieb. Oh ich siehs. Oh wie er schiebt. Ich setz ihn. Ich. Oh mein Gott. Oh shit. Quantum wo bist du denn? Ja ich bin hier daneben. Was ist denn das? Geht rein. Es ist unglaublich. Ich hätte im Tor bleiben sollen. Ich wusste es. Pass auf. Der Ball spawnt wieder. Fein die Mitte. Fein die Mitte. Und dann direkt eingeschießen. Ich habe geschossen. Ey das ist wirklich für die gute Taktik. Es war ein bisschen lame aber ist doch gut. Ich muss jetzt aufladen. Ich kann nicht schießen. Ich muss aufladen. Ich hab geschossen. Oh er soll sogar noch hin. Ok. So passiert. Der Ernst oder? Der Ball ist immer noch heiß. Der ist immer noch heiß. Das kann man immer noch machen. Das kann man richtig machen. Ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Jetzt bist du dein Quantum. Ich bin hier im falschen Winkel. Ich kann hier nicht. Im Winkel. Papa Quantum. Oh nein. Oh ne ich hab den Verbündeten getroffen. Du bist hier nie. Quantum hat so viele Kinder. Der ist über alles drüber gerutscht damals. Ihr müsst mein Heim zahlen. Geh den 40ern. Ach der alte Hengst. Ich bin im Tor. Keine Panik Leute. Easy. Oh der wär jetzt. Kees? Ich hab den Ball nicht getroffen. Ich glaube. Hab ihn getroffen. Schön, schön, schön. Schön, schön. Weißt du, Quantum, jetzt müsstest du vorne sein. Ich hab nach vorne geschossen. Was willst du? Er blockiert mich. Ja, nehmt's persönlich, der Typ. Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran. Der nimmt's persönlich. Nein, ich bin lahmgelegt. Hier, schieß einfach, sobald du kannst. Ich hab geschossen nochmal. Der schießt dauernd auf mich. Wahrscheinlich auch ein Sohn. Der Sauer ist. Ja, einer von den Wütenden. Oh, dieser Typ. Er schiebt mich. Ich kann nix machen. Mit dem falschen Winkel. Warte, 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 warte. Ich kann nix machen. Oh, shit, der hat ihn gerade noch so. Ey, der Typ hier hat sich voll auf mich abgesehen. Ich hab ihn rübergetrippelt. Bin lahmgelegt, bin lahmgelegt. Ist ja egal, du musst ja nur schießen. Kritischer Treffer, der eine ist down. Das ist deine Chance. Okay, ist es gut. Über mich drüber. What the fuck, wo ist er? Hier drüben, hier drüben, hier drüben. Ich steh schon wieder. Sie blockieren einfach. Was? Komm schon. Oh, 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 das sieht gut aus. Komm schon, ich muss erst hierher kommen. Nein, ich hab nicht geduldet. Nein, ich auch nicht. Nein. Ach Gott. Oh mein Gott, das ist nicht wahr. Ich kann nicht schießen, muss erst aufladen. Ich wusste es, ich hätte geduldig sein sollen. Ich wusste es. Warte, ich hab ihn nochmal nach vorne hier. Gut gemacht. Ich kann nicht schießen gerade. Kann ich schießen, kann ich schießen, kann ich schießen. Man muss echt den richtigen Schuss abwarten. Man sollte echt nicht jedes Mal schießen. Ja, ja, ja. Man muss wirklich hier geduldig und... Man muss richtig geduldig bleiben, ja. ...erlegt muss man schießen. Hat er Dribble. Bewegungsunfähig. Ich kann nicht... Oh, ich... Die Schweine spielen auf Zeit. Die Schweine spielen richtig auf Zeit, aber das wird nicht klappen. Nehmt ihn. Jetzt. Ja, perfekt. Sobald ich einmal zifft, dann könntest du es machen. Er blockiert mich. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, verdammt. Danny, Danny, nimm ihn. Hab ihn, hab ihn. Ich stehe. Schön, 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 schön. Oh, nee. Eine Minute. Der Ball ist in der Mitte, der Ball ist in der Mitte gleich. Ich bin leider K.O. Oh, verdammt, 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 verdammt. Oh, verdammt. Oh, no. Jetzt. Fahr, 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 fahr. Ja, oh, mein Gott. Ich hab doch geschossen. Geheimt. Diese Loser, Alter. Denk nicht, wir würden... Fall zum Ball. Ey, wir haben doch... Oh, nein. Wir haben doch ein paar Sekunden, aber nein. Nein. Das ist so unfair. Leg die Panzerla... Ich hab die weggeschossen. Sauber. So fahr ich in mich rein. Ich bin doch froh an dir. Du fährst in mich rein. Alter, wenn wir das gewinnen, Leute, dann... Boah, ich geb jeden von uns nen Drink aus. Nein, nein. Er rammt mich. Ich bin bewegungsunfähig. Ey, ey, du, ihr wollt doch alle beide nen Drink, oder nicht? Nicht reden, Danny. Nicht reden. Okay, ich halt die Schnauze aus. Nein! Danny. Nein, nein, nein. Ich ramm ihn, ich ramm ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der war schon halb drin. Holy shit. Schon halb drin. Der war... Ich kann mir an unser Glück nicht glauben. Okay, ich fahr wieder volle Kanne drauf und irgendjemand bleibt hinten für den Notfall. Okay. Nicht vergessen, wir müssen ihn ins Feld kriegen. Ja, ich bleib mehr hinten. Er ist drüben bei Ihnen. Er ist drüben bei Ihnen. Ich schieb ihn hoch. Ich kipp ihn um. Oh, wie geht's? Kann jemand schießen? Nein, ich hab gerade geschossen, aber leider verfehlt. Hab, aber er hat vorher, deswegen ging er ein bisschen nach links. Boah, ich hab ihn hart bestiegen. Habt ihr es gesehen? Okay. Du auch? Normalerweise eher Quants. Ich hab den Ball in die Mitte gebracht, glaub ich. Jetzt, das wäre eine Methode. Oh, ich hab ihn getroffen. Oh ja, Kiescher, ich liebe dich. Oh, komm schon. Freu ich mich nicht. Ich schieße es aber. Oh mein Gott, ich liebe euch. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Holy shit. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben wirklich gewonnen. Ich glaub's nicht, wir haben gewonnen. Was für ein Zusammenspiel. Was für ein Passspiel. Was für ein... Warte, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh mein Gott, Dad. Ich liebe euch, meine Söhne. Dad, ich denke, es wird Zeit zu reden. Ich glaub's nicht, wir haben wirklich gewonnen. Wahnsinn. Ist deine Mutter noch singen? In einem Moment gerade. Das war, also, ich muss mich erst mal... Ich hab hier eine Träne. Ich auch, ich weine. Ich hab wirklich so viele Taschentücher, aber das sind wirklich nur für die Tränen. Das war so emotional. Genau wie Daddy. Sieger. Ich kann's einfach nicht glauben. Ich bin das sprachlos. Ich auch nicht, ich auch nicht. Wir kriegen jetzt Drinks. Ja, wo ist unsere Getränke? Ah ja, ja, gib mir ein... Ja, wir gehen heute Abend was trinken. Gut, dann danke fürs Zusehen und... Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Oh mein Gott.